Tobackelor von Christian Deo aus der Privé-Reihe. Ja, das hat sich einer gewünscht und tatsächlich, ich hatte denen noch nicht ein Einzelvideo gewidmet. Das muss ich natürlich machen. Das ist wirklich einer der geilsten Tabak-Honig-Düfte. Warum? Bleib dran. Willkommen zurück, Freunde. Ja, Tobackelor von Christian Deo aus der Privé-Reihe. Das sind 125 ml für Leute. Das sieht man immer auf dem Video nicht so. Das ist ein schöner, geiler Flakon. Wir fangen gleich mal an mit dem Flakon, aber bevor, für alle Neuen, lasst mir gerne ein Abo da. Wenn nicht, kann ich euch nicht verstehen, wirklich nicht. So, Tabakkelor. Schöner Flakon. Ich gebe denen eine 10. Ich kann auch noch sagen, warum. Es ist schlicht, es ist genial, es sieht trotzdem luxuriös aus mit Magnetverschluss. Viele würden sagen, warum gibst du denen immer eine 10? Ja, ich finde den einfach geil. Und wenn die so stehen im Schrank, das sieht nice aus. Ja, richtig cooler. Aber, und auch der Sprüher gleich vorweg, es ist einfach Deor. Die nehmen oder haben die besten Sprüher. Viele, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, nehmen ja von Christian Deo, wenn sie was richtig hinlegen, die Sprüher. Und auch Chanel hat gute Sprüher. Aber das ist ein anderes Thema. So, wollen wir gleich mal Duft? Wollen wir gleich einsteigen? Ja, er kostet ein bisschen mehr. Ihr könnt auf der Deor-Seite gucken, wie teuer er ist. Es gibt ihn nur bei Deor, die Privier-Reihe. Aber geil. Es ist geil. Es ist eine Schande. Warum habe ich diesen Duft noch nicht ein Einzel-Review gewidmet? Das mache ich jetzt. Also, ihr wisst, ich bin ein Naxos-Fam. Ja, Honig, Tabak, Vanille. Hier haben wir aber Honig, Tabak, Pflaume, Pfersig und rauchige Noten. Das ist das. Das hört sich doch schon geil an, ne? Pflaume, Pfersig, Honig, Tabak, rauchige Noten. Punkt. Geil. Das ist dieser Duft. Und für Leute, die jetzt sagen, dass der keine Halbbarkeit hat oder keine Zierage. Ich habe letztens, wie ihr wisst, Kai Porten getroffen. Und das erste Mal, nach langem, überhaupt. Und ich hatte diesen Duft drauf. Er hat jedes Mal gesagt, es ist so stark. So, und er hat sich übrigens in diesen Duft verliebt. Er will den Duft sich auf jeden Fall zulegen. Ja, das ist ein geiler Duft. Ihr müsst ihm nochmal eine Chance geben. Was ist denn euer Problem? Schreibt mir gerne in die Kommentare unten. Warum habt ihr ein Problem mit diesem Duft? Wo liegt das Problem? Ist es das Rauchige? Es kann ja nur das sein. Ist es vielleicht die Pflaume? Ist es der Pfersig? Honig, Tabak? Also Honig, Tabak kann es nicht sein, weil ihr liebt ja. Also viele mögen ja Honig, Tabak. Aber was ist das Problem? Der Pfersig, meiner Meinung nach, kann es auch nicht sein. Weil ihr nehmt nicht wirklich so Pfersig wahr. Wirklich nur im Background vielleicht kann man das erahnen, dass da Pfersig drin ist. Eher wirklich die Pflaume. Aber ich glaube, eher doch zu raten oder zu vermuten, dass es einfach das Rauchige ist. Oder allgemein dieses ganze Zusammenspiel. Aber das macht ihn aus. Wie gesagt, Hyper-Kite gleich mal vorweg gezogen. Oder ne, kommen wir gleich zu. Ich will den Duft ja, ich muss ja ein bisschen was. Also wie gesagt, man kann den Duft wirklich sehr, sehr gut tragen. Jetzt kommen wir wieder dazu. Ich hatte das ja letztens erst oder erst ein Video dazu gemacht. Aber tragt, egal welchen Duft, wann ihr wollt. Auch den. Tragt den im Hochsommer. Völlig Latte. Und weil er funktioniert dann auch gut. Ich saß in der Sonne. In der Sonne ist es trotzdem immer noch warm. Und da funktioniert der Duft. Es ist aber auch Fakt, wenn ihr das jetzt unbedingt wissen wollt, was ist das für ein Duft zu welcher Jahreszeit? Natürlich ist das ein Herbst-Winter-Duft in Anführungsstrichen. So, den könnt ihr im Herbst jetzt und im Winter tragen. Sehr, sehr gut. Weil, wie gesagt, es ist ein sehr potenter, maskuliner Honig-Tabakduft. So, ein richtig schöner Tabak, der nicht so wie Tabako-Vanil nach T-Stube riecht. Damit will ich natürlich nicht Tabako-Vanil schlecht machen. Niemals. Ich sage nur, er riecht nicht nach T-Stube. Ihr habt trotzdem was Süßes. Das macht ja der Fersig. Und die Himbeere wollte ich schon sagen. Nein, natürlich keine Himbeere. Ich meine natürlich die Pflaume und der Fersig macht die Süße. Und dieses Rauchige gefällt mir. Es ist einfach so ein Unterton. Ihr müsst euch vielleicht bei The Fireplace nicht gleichsetzen. Nein, nur so vorstellen. Bisschen dieses Rauchige bei The Fireplace. Nicht die DNA rum. Aber dann diese Süße, schön von, ach, dieses Vergleich, sie nervt mich um euch. Man, gebt doch einfach den, geht nach der Ohre rein. Ihr könnt da auf jeden Fall den testen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann geht raus, sprüht euch den Meinung, habt ihn mal um euch rum. Geil. Und jetzt kommen wir zur Halbbarkeit. Ihr habt wirklich da was davon. Ihr habt über zwölf Stunden was davon. Es ist einfach eine Zehn, was die Halbbarkeit angeht. Und es ist auch, wenn ihr nicht unbedingt einsprüht, aber selbst dann werdet ihr wahrgenommen, es ist auch eine Zehn, wenn ihr die Ceage bewerten wollt. Dieser Duft funktioniert einfach. So, Ceage ist aber immer bedingend, weil sie kann es auch eine Neuen geben, weil manche nehmen das ja nicht so wahr, weil eure Nase einfach demoliert ist, wenn ihr jeden Tag Düfte riecht. Das ist jetzt positiv geredet. Hatte ich auch schon gemacht, das Video. Wenn ihr immer Düfte benutzt, jeden Tag oder riecht jeden Tag noch an Düfte, abends auch nochmal aufsprühen, dann macht eure Nase irgendwann dicht und ihr nehmt sie nicht mehr so extrem wahr. Aber Fremde, die überhaupt keine Düfte benutzen oder nur so ein bisschen, die nehmen den brutal stark wahr. Aber den nimmt auch einer, der immer Düfte benutzt war, weil er ist einfach stark. So, ich finde ihn absolut, das ist für mich einer der besten Tabak-Düfte, die es gibt. Das ist meine Meinung. Wirklich, der muss sich vor Naxos, und das ist, ne, er muss sich vor Naxos nicht verstecken, er muss sich vor Tabak-Vanil nicht verstecken. Und alles, was, die ganzen Tabak-Düfte, Herod, die alle so ein bisschen mit dieser Süße zu tun haben, Herod hat, glaube ich, auch, glaube ich, Tabak drin, und so weiter. Und alle anderen, die es überhaupt gibt, muss der sich nicht verstecken. Das ist ein genialer Duft, von denen habt ihr was. Und den gibt es ja nicht nur in 125, ihr könnt den ja auch ein bisschen kleiner, obwohl ich die 125 am geilsten finde, die 200er oder 250er, da habe ich den, heißt der Amenoid, glaube ich, den habe ich in diesen 250er-Flockon. Das ist too much. Und dann kostet das natürlich auch ein bisschen. Aber das hier ist genial. Und besonders jetzt zum Einsatz, wenn ihr wirklich nur so drauf seid, dass ihr auf jeden Fall Herbst, Winterdüfte auch nur in Herbst und Winter tragt, dann ist das jetzt eure Zeit, sich diesen Duft anzuschaffen. Absolut genial. Ich bin so und so, ich muss, oder nein, ich will eigentlich gar nicht sagen, dass man deswegen ein bisschen so einen Punkt abziehen muss, weil ich ein Dior-Firm bin. Also wenn es um Designer geht, ist, ob die Zervage-Reihe, auch der neue Forte, sie machen gute Düfte. Sie machen einfach gute Düfte. So, und wenn man sich dann überlegt, dass er eine richtig geile Privé-Line hat, und da ist ja nicht nur Tabakulor geil, da gibt es ja noch ganz andere, aber es geht ja jetzt um diesen Duft, dann holt euch bitte diesen Duft. Er ist im Winter, also im Herbst, Winter oder das ganze Jahr wirklich, ihr braucht den in der Sammlung. Und Fakt ist auch, dass er gut ankommt. Er kommt gut an. Also nicht nur bei Kai, sondern überhaupt. Meine Frau feiert ihn und sagt, wenn sie dran riecht, und was hast du für einen Duft drauf? Zeig nochmal. Und dann hier riecht sie dran. Also, wenn ich sage, ich hatte den Duft gestern drauf, dann sagt sie, ah, der ist aber auch schon geil. Ja, das ist so. Das ist ein nicer Duft. Ja, Tabakulor von Privé, außer Privé-Line, natürlich, von Christian Dior. Ja, schau mal runter. Habt ihr diesen Duft? Wollt ihr euch den noch holen? Und wie gesagt, gebt denen eine Chance. Natürlich, wenn ihr denkt, sowas gar nicht mögt, ist es doch easy. Alles cool. Ihr müsst das ja auch nicht alles mögen. Aber ihr müsst denen eine Chance nehmen. Aufsprühen, sagen, riecht Kacke, bringt nichts. Kopfnote. Natürlich, jetzt muss ich auch zu sagen, erst durch die Kopfnote quälen. Das macht auch keinen Sinn. Aber, ich gebe dir immer so einen schönen Spruch, obwohl das vielleicht nicht ganz so passt. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Es kann hinten raus auch ganz anders werden. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht. Wenn ihr auf Tabak und Honig steht, das ist der erste Punkt schon mal. Wenn ihr auf Tabak, Honig steht und vielleicht sogar ein bisschen raurig, dann könnt ihr gar nicht an diesem Duft vorbeigehen. Dann muss der rein. Er muss rein. Er muss rein. Also, Leute. Schreibt runter. Habt ihr den? Wollt ihr den holen? Wie findet ihr ihn? Und so weiter und so fort. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schaut unten in meine Videobeschreibung. Da ist einiges verlinkt. Da könnt ihr auch günstige Düfte erwerben oder bekommen. Da sind Links, die ich für euch rausgesucht habe. Irgendwann wechsle ich das da mal. Merchandise. Übrigens noch mal vielen Dank. Kommt sehr, sehr gut an. Für die Leute, die jetzt inzwischen auch mal hier meinen. Das ist gute Qualität. Das ist kein Plünn. Und ist doch geil. Immer nice bleiben. Und so weiter und so fort. Und Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Show me that you feel the same as I do. If you turn and run away, that's fine too. Cause I cherish every minute I spend with you. You.